Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ihr befindet euch beim Schanden, ich bin der Schanden und wir spielen jetzt direkt weiter mit Asgard's Raas. Ähm, die erste Hürde haben wir gemacht. Wir haben auch rausgefunden, dass wir uns für eine göttliche Gestalt verwandeln können. Und, äh, ja, jetzt befinden wir uns hier drin und müssen hier irgendwie weiterkommen, wie ihr seht. Nein, ich habe alles für die Scheibe gegeben, um hier reinzukommen. Ja. Hoffentlich gibt es noch eines in der Nähe, damit ich rauskomme. Wir sind sehr flott unterwegs hier, aber irgendwie müssten wir die Scheibe erst mal finden. Ich weiß nicht, wo die ist. Hier haben wir gestern schon hochgemacht. Hier können wir nicht runter. Und liegt aber was. Oh, die Axt. Achso, so war das. Ui. Ui. Ja. Trefft das nicht? Ein Saphir, okay. Mehr ist hier aber nicht, ne? Ne. Gut, lass uns mal schauen, wie wir jetzt hier weiterkommen. Von da sind wir gekommen, glaube ich. So müssen wir hier rein. Ja, hier waren wir noch nicht. Da ist eine Truhe. Kommen wir aber nicht einfach so ran. Hier einfach nur runter komme ich auch nicht. Dann lass mal kurz hier runter gehen. Ja, schnell rein wird gar nicht so schlecht. So, das ist aber verdammt blott unterwegs sind wir heute. Gut. Dann mal hoch. Da ist ja nichts drin, ne? Schade. Hier vielleicht? Noch nicht. Und der ist wohl tot. So. Gucken wir mal hier rein. Ah, die Drehscheibe ist die Falle. Ah. Verdammt. Ja. Ah, verdammt. Jetzt aber. Ja, Problem war, ich hätte mich vom Angriff... Na gut. Ist nicht das Problem. Ah, die Drehscheibe ist die Falle. Oh, du Affe. Okay, wir sehen, dass hier viel passiert. Macht aber nichts. Nur versuchen durchzukommen, ne? Okay, das ist jetzt nicht so schwer, oder? Okay, hier wird es ein bisschen schwieriger. Kniffliger? Wohl. Oh nein. Tatsächlich bin ich gestorben. Okay. Ich dachte, ich wäre vorbeigekommen. Ein bisschen aufpassen. Wir warten da kurz. Hoch. So. Kurze rüber. Augen mal aufmachen. Das Geld noch mitnehmen. Sehr gut. Okay. Da war gar nicht so schwierig, die Drehscheibe zu holen. Wir müssen uns trotzdem mal... setzen so. Gut. Oh. Ich schieße ein Skorpion. Leider viel Leben verloren. Also viel Leben nicht, aber viel von dem... von dem Schutzpanzer, den wir haben. Naja, was soll's. Gut. Hier gibt's hier irgendwie so Sachen, versteckte Schätze oder so. Die gibt's hier gar nicht. Da komm ich gar nicht durch. Da geht's hoch. Oh. Hm. Ah, okay. Da sind wir bestimmt dahinter, ne? Ja, okay. Perfekt. Ah, okay. Das ist nicht so schwierig. Noch so ein Ding? Komm her. Komm her. Ich will trotzdem mal kurz noch hoch, weil... Da hat's gut Leben weggenommen. Scheiß fähig, aber... Die holen wir uns gleich wieder... Machen wir wieder voll, die Scheiße. So. Mal hoch hier. Okay, hier ist wieder so ein Haken. Und den müssen wir woran machen? Ah, okay. Okay. Erstmal hier ist noch eine Truhe. Ich bin gespannt, was man mit den ganzen Sachen machen kann, so wie ich eingesammelt hab jetzt. Was ist das hier? Ach, guck mal, das ist so ein... Ach, eine Abkürzung. Okay. Ähm, aber... Nix, aber... Das ist eine Abkürzung, ne? Okay. Dann müssen wir raus. Noch mit? Tür mal aufmachen hier. Okay. Oh, es geht hoch. Oder runter? Hoch. Ziellos in der Wüste. Na. Ich bin gespannt. Okay, hier ist wieder so ein... Gottesding. Dieses eine Mal werde ich Ratssegen annehmen. Jedoch scheint unser Weg aufs Neue versperrt. Oh, was ist jetzt los? Ah, okay. 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 Ich hätte ihn blocken sollen. Na komm her. Ich habe auch mein ganzes Leben verloren, leider. Okay, ich habe das ganze Leben leider verloren, das ist ein bisschen ärgerlich. Ich werde ein fertiges Pragerkeitspunkt ausgeben. Wo sind die denn? Da. Okay, wir gucken, was ist das hier? Okay. Beim Angriff mit einer Stachel von Baku besteht die Chance, Gegner zusätzlichen Schaden zuzufügen. Die Chance von 12%, 30% zusätzlichen Schaden zu verursachen. Chance von 15% und 40%? Okay. Okay. Und hier? Erhöht den verursachteten Schaden beim Treppen von Schwachpunkten der Gegner. Wenn Gegner mit Nackern vergriffen durch den Schaden von Baku verletzen, besteht die Chance, das Leiden Blutung zu bewältigen. Blutung ist immer gut, ne? Was ist das? Okay, zusätzlichen Schaden zu verursachen. Hm. Natürlich auch gut, wenn man die Schwachpunkte trifft, haut man natürlich noch mehr Schaden rein, ne? Wie ist das hier? Okay. Man kann ihn verstärken noch später. Okay, jetzt machen wir es mal so. Was ist das hier alles? Karten. Okay. Questbuch. Aha. Kosmische... Okay. Kosmische Ereignisse. Ein neues kosmisches Ereignis beginnt, Wächtergottheit. Kosmische Ziele. Wir reisen dieser Karte durch das Multiversum und die Weberin in der Zwischenwelt zu begrüßen. Erkundung leicht abgeschlossen. Mittelzweig, haltet ihr euch, um diese Blutung freizuschalten. Mach ich doch gerade. Achso, okay, hab ich schon gemacht. Okay. Mit diesem ethischen Farbe könnt ihr die Farbe eurer kosmischen Wächtergottheit nennen. Okay. Bild Ordnung, Bild Chaos. Eine neue kosmische Eroberung hat begonnen. Schließt euch auch den Kampf zwischen den kosmischen Allianzen an, indem ihr entweder der Gordnung oder den Chaos zertreuisch wird. Ich bin für Chaos. Gib den Faden, den wir gewogen haben, nicht auf. Okay. Okay. Questbuch haben wir. Chronik. Okay. Gut. Also man kann ein bisschen was hier. Das brauchen wir eigentlich nicht machen. Gut, dann müssen wir rausgehen ins Spiel. Also hier baut sich wieder das Ding auf. Und wir gehen nochmal hin und machen uns jetzt zum Gott. So. Jetzt sind wir wieder ein Gott. Natürlich mini klein hier. Wir gewähren euch göttliche Reichweite. Streckt eure Hand aus und befehlt ein Objekt zu euch. Ah, okay, warte. Passt auf, wohin ihr das schwingt. Ich hab euch bis hierher getragen. Bringt mich jetzt nicht um. Gut ist das denn, ne? So. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber da kommt ja unser Heini immer noch nicht hoch. Oder? Da gibt es hier einen anderen Weg, den er hochkommen kann. Hier ist eine kleine Figur. Stellen wir hier auf. Ah, ein göttliches Artefakt. Okay. Ähm, was soll man da machen hier, ist die Frage. Da kommt er doch gar nicht hoch, der kleine Manneken, oder? Ist so geil. Das sieht jetzt einfach aus wie so ein Puppen. Wie so ein Puppenhaus hier. Wirklich. Guck mal, ich kann den weiter... Ah, warte mal. Ich kann den auch hier ranziehen. Okay, jetzt hab ich's verstanden. Okay, warte mal. Kann man den noch weiterziehen? Nee. Weiter geht's nicht. Also es gibt nur diese beiden Optionen. Aber wir müssen ja den kleinen Manneken irgendwo hinbekommen. Also wie kommt er da hoch, ist die Frage. Ich müsste ihn ja dann da schon... Ich müsste ihn ja dann schon da hinlaufen lassen, oder bin ich jetzt verkehrt? Ja. Ich glaube, wir müssen ihn da erstmal hinlaufen lassen, bin ich jetzt verkehrt. Kann er da nicht hinlaufen kurz? Sich da raufstellen und ich ziehe ihn dann hoch? Das müsste doch funktionieren, oder nicht? So. Und den machen wir? Super. Okay, jetzt machen wir das Ding ja mal runter, damit wir überhaupt wieder hoch und runter kommen. Ohne dass er uns hoch und runter machen muss. Einen Hebel? Einfach. Ach, guck mal, da hat sich noch so ein Haken gedreht. Okay. Ich kann jetzt da runter kommen, aber ich will ja gerne rüber. Geht hier an der Seite rüber hin? Kann ich tatsächlich nicht? Das ist jetzt ein bisschen albern. Nee, kann ich wirklich nicht. Okay. Gut, dann... Muss er mich noch mal runter lassen. Muss er mich noch mal runter lassen. Und wenn er an der Seite kommt. Noch mal zurück. Und dann kann ich noch ein bisschen Energie holen, ja? Und den lassen wir auch runter. Okay, ich kann mal kurz mal rein gehen. Das ist eine gute Idee. Okay. Okay. Oh, das ist eine gute Idee. Okay. Oh, shit. das wird ein guter kampf okay aber wo ist der typ hin goldens amulett plus eins okay alles einsammeln was sie hier verlieren gut dann würde ich sagen auf die andere seite mal was auch etwas gab wo ich hoch kann nee das ist ein bisschen anders geregelt aber wie komme ich denn da hoch ist die frage kurz das ist nicht das problem aber wie komme ich da hoch als kleine mannequin da hinten ist die tür wenn du da rein okay testen da ist auf jeden Fall eine tür hier wir gehen uns kurz hoch und hier geht es hoch mal auf ah ok wir müssen uns auch über die kiste noch holen hier wo was hier drin ist spitzt euch hier können wir auch kurz das Ding runterlassen und wir können den Knopf drücken um vielleicht einen anderen Haken freizuschalten oder was bringen ach guck mal ach schau einer an jetzt müssen da die Haken dran gemacht werden alright ok das machen wir guck einer an das ist schon wieder ziemlich cool endlich von diesem Ort befreit der kriegt hier den Stein da drüben der ist wieder da ich habe ein bisschen Leben verloren glaube ich deswegen warte mal kurz wir lassen uns da oben noch mal was holen mit der Axt machen geht so eine Axt das geht auch oh hier längst laufen ok mein Gott gar nicht so leicht gewesen was das bin ich das ist die göttliche Dings ne ok wie geht es mal hier weiter oh was ist hier oh wer ist er denn krass wer schändet den Tempel von Atom nein eine Gottheit reicht beiseite sterben diese Gottheit kommt von weit her dann lasst uns beide weiter ziehen ich sah noch nie diese Art des Körperteils wir gehen jetzt ihr seht's Augen und zerstellen die Scheibe nein oh was war jetzt das habe ich nicht verstanden eine Vision im Sand ihr und der Bratzersfeier lasst siegerecht den Tempel von Atom um euch einen betont zu stellen ihr übersteht einen böslichen Sand schon bevor euch eine bösliche Gestalt irgendwo hätten verbrachtet ok ein Kinderspiel ne ok Zugang zum Steinwächter gucken wir mal oh ist noch eine gewaltige Statue da oder geht weiter und ihr werdet das Ende meines Spiels shit Frieden, Mädchen diese Gottheit ist seltener Besuch in unsere Landen macht Platz für unseren Ehrengast sofort eure sofort kommt, Reister lasst uns drinnen sprechen ok willkommen große Gottheit man nennt mich Majez was war das denn gerade was war das denn was war das denn jetzt gerade irgendwo bin ich runtergefallen mal gucken red mal mit mir euer Gastgeber ist so großzügig jeden Obhut zu gewähren die verloren sind die Zeit zeigt ob ihr dessen würdig seid das ist so großzügig steht hier gar nichts da gibt es auch einen Tunnel da gibt es auch einen Tunnelweg da hat es geschmeichert weil es war glaube ich ein Bug gerade oder sowas gucken wir mal was der Sache zu uns was haben wir denn hier hallo warum seid ihr nach Ägypten gekommen dieser Tage gibt es nur wenige die durch das große Sandmeer reisen und es überleben pompös hier ey ihr jedoch das spüre ich wisst wie man überlebt es war klug einen Sterblichen zu verpflichten auch wenn er recht unzufrieden mit euch er misstraut den Göttern ich frage mich warum das Fragment der Sonnenscheibe das ich hier spüre war gewiss nicht leicht zu erlangen eine Löwengöttin hätte ihre Reißzähne gezeigt Sekhmet ja verwandt im Blut wenn gleich nicht im Temperament und was ist mit eures gleichen teilen sie euer Talent mit Sterblichen ihr wartet ab genau wie dann ruht euch hier das ist einfach geil das könnt ihr die Ruhe gemächer im Wachtturm nutzen sprech mit dem Anführer den Ausposten zu können ja Reisender wo ist Loki wer ist das ein Freund oder ein Feind wo bin ich weise das zu fragen aber ihr seid hier sicher dies ist ein alter Außenposten der obersten Gottheit Ra wisst ihr wer ich bin eine Gottheit ähnlich wie auch ich aber nicht vom Stamme Raas das spüre ich auch nicht mit Seed verbündet wer seid ihr eigentlich jemand der euch nichts Böses will kann ich über euch dasselbe sagen klar ruht euch aus was auch immer ihr ehrlich oder drückt nicht aus mit dem Ding ok ruht euch im Gästequartier aus irgendwas mit oben hat er gesagt ne keine Ahnung wo es hingeht öffnet Raas goldene Truhe im Wachtturm um eure ist das oben vielleicht hier wahrscheinlich ne lass mal hoch gehen was kann man der Figur machen landet immer wieder ok öffnen wir mal die Truhe ja was wollte er uns ergeben oh wir haben einiges bekommen Schwertes Ra plus eins ok da war einiges drin lass es mal hinlegen ist das ein Albtraum na wahrscheinlich nicht aber schon ziemlich gut gemacht oh erlangt die große Macht und darf ein wahrer Gott zu sein ich der Große der mächtige Loki werde lehrer sein ha 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 seht ihr denn nicht die Taverne war nichts weiter als eine Illusion ihr werdet mir helfen hier rauszukommen ruht aus und dann reden wir oh die vibrieren hier die man sollte meinen ein Eindringling hätte es eiliger wie kommt die hier rein oh jetzt drängt ihr es kostet viel Mühe in diesem Reich volle Gestalt anzunehmen oh hat Loki geschickt Loki würde mich schicken wollen wenn er wüsste wer ich bin ihr habt mich nicht gerne hier wenn ihr bereit seid trefft mich in der Zwischenwelt auf neutralem Boden ihr wisst noch wo das ist ja ich kann dafür sorgen dass es sich für euch lohnt hier Quest abgeschlossen jetzt erkenne ich gerade wofür die Figuren sind die haben wir gesammelt die Figuren deswegen liegen die hier hier kommen wahrscheinlich überall neue Figuren drauf genauso wie hier hinten kommen auch überall neue Figuren okay muss man erstmal wissen hier wahrscheinlich auch was ist er denn ein süßer kleiner Zwerg oh hat der eine riesen Nase schau die mal an miet miet hallo worum geht es ich möchte eine Kette die der Feinde bringt ins Wanken bringt mir etwas Gusi von großen Pranken gib dem Huldu Volk was er begehrt okay haben wir sowas dabei wir haben noch eine Kette eingesammelt aber die meint er glaube ich nicht oder? Momentan die vielleicht? die vielleicht? kann man das nicht irgendjemandem kann ich das geben? auswählen auswählen das ist alles nur irgendwas wert hier ne? mhm starke von Boko 35 Schaden in der Endeffekt wäre im Endeffekt ja egal ne? ich glaube ich finde es cooler wenn ich die Axt hier hinten habe was man hinten rausrühren kann das macht mehr Sinn oder? glaube ich das machen wir mal so Rüstung Rüstung Stultendes Rar ich setze jetzt alles auf weil wenn wir schon Rüstung brauchen das ist nicht das geilste aber es schützt uns gut hm müssen wir überlegen wie wir ihm das geben können oder irgendwas von ihm geben jetzt sind wir weg ok haben wir geschlafen also wir müssen jetzt hier zurück zu wieder runter wahrscheinlich reden wir über dem ihr segnet uns mit eurer Anwesenheit ihr habt euch bewiesen mir dem Sterblichen und den anderen hier sie sind mehr Familie als mein eigener Onkel seht wer es seht ich zeig's euch reicht mir eure Hände oh das ist schon ziemlich cool das ist schon ziemlich cool ich fliege ich war noch ein Kind als es geschah nun weiß ich ägypten blüte auf unter der Herrschaft meines Vaters und meiner Hände ich wusste nur wir waren glücklich bis ihr habt ägypten lange genug regiert Osiris nun ist meine Zeit auf dem Thron gekommen ihr habt euer Reich ein Reich vielmehr eine Wüstenhütnis macht etwas daraus oder ich nehme mir einfach was ich verdiene nein nein bleibt hinter mir ich werde euch stürzen um dieses Königreich zu weit machen besiegt ihr mich gehört Ägypten euch wie großzügig das herzugeben was ihr bereits verloren habt wow wow da war ich da wie bei Matrix aus coole Typ und lasst meine Familie in Ruhe oh nein nein schlicht die Augen ich du 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 mahl ist auch tot ich habe es nie vergessen weder was er meinem Vater antat noch den beiden Ländern die wir beschützen sollten also kräftig zurück Er hat mir die Augen genommen. Ah, so ein Arsch. Er hat mir die Augen zu erkennen gehabt. Seine Eltern und Sirius und Ius wurden von sich ermordet. Okay. Und die Eltern und Erkliniknomen. Hallo. Ich bin Horus, Sohn des Osiris. Mit meinen Augen, meiner Macht, könnte ich den Thron zurückerlangen. Ich könnte den Weg zu eurem Loki offenbaren, wenn es nur einen Weg gäbe, wiederzuerlangen, was verloren ging. Äther, die universelle Lebenskraft, die reinste Form von Macht, kristallisiert in Stein, die Steine. Okay. Ich besorge dir die scheiß Steine. Rast, Außenposten, okay. Das wird ja unser Ziel sein, diese Steine zu besorgen. Daran kennen wir uns ja aus. Er greift gern das Wort. Wisst ihr von den Heldensteinen? Loke hat es mich gelehrt. Vielleicht. Die Verkörperung einer Urkraft in Stein. Maatsteine. Meint ihr das? Maat kommt mir bekannt vor. Ich habe Geschichten über eine solche Magie gehört, die älter als der Urhügel selbst sein soll. Ihr könnt meine Macht mit diesen Maatsteinen wiederherstellen? Ja. Wenn ihr es riskiert, helfe ich euch. Ihr braucht meine Macht, um diesen Loki zu finden. Ich eure Kraft, um meine Macht wiederzuerlangen. Okay. B.S. wird euch helfen. Lasst euch von dieser Gottheit nicht abschrecken. Die Menschen der Gipfens liegen ihr am Herzen. Ah, in diesem Fall solltet ihr vielleicht vorsichtig sein, wenn ihr mit dir sprecht. Er unruhigt euch noch etwas? Wir müssen noch etwas Sachen erzählen. Okay. Geht in Frieden. Kehrt sicher zurück. So, wir müssen mal schauen. Hier müssen wir uns umschauen. Da geht es irgendwo hin. Da leuchtet etwas auf. Was ist das? Eine Uhr? Irgendwie sowas? Okay, lebt wohl. Hier leuchten ein paar Dinge. Also, wir gehen jetzt einfach mal... Da geht es hoch. Wir gehen jetzt einfach mal hier raus. Mal sehen, was passiert. Ach, guck mal, er. Der Bazar. Okay. Das sind ja verschiedene Sachen, die man hier anschauen kann. Na ja. Wollt ihr mal reden? Was haben wir denn hier? So, können wir das verkaufen bei ihm vielleicht? Wir sind verwandt auf gewisse Weise. Wie genau, weiß ich nicht. Ich bin Bess. Ich habe alles, was ihr wollt und nichts, das ihr braucht. Ihr seid vielleicht irgendwie verwandt, aber ihr gehört nicht zur Familie. Das dauert bei mir länger. Aber wenn ihr Ägypten helft, helfe ich euch. Okay. Okay, er kann uns also Sachen geben. Rezept vollenden. Ah, okay. Wir können Gegenstände fertigen. Können wir nicht, denn wir haben keine Kohle. Wenn wir natürlich das hätten, wir könnten jetzt 160 zahlen, dann würde er uns das wiedergeben. Mit dem Wiederbeleihungsdrang fehlen uns auch die Sachen. Gegenstände kaufen. Thymian können wir kaufen. Was kostet das? Kaufen kostet 50 Einer. Okay. Vielleicht können wir auch mal Sachen verkaufen. Wir können nur bei ihm sowas verkaufen, okay. Macht nicht so viel Sinn. Im Endeffekt hat er nichts. Wie kann ich dir helfen? Ausgezeichnete Frage. Unserem Heiligtum mangelt es an gewissen Annehmlichkeiten. Wie Bier, das seines Trinkers würdig ist. An der Anschlagstafel stehen Pflanzen, die ich benötige, um unseren Vorrat aufzustocken. Oh nein. Nicht so voreilig. Horus möchte euch vielleicht mit nichts als eurem Sterblichen und einem Traum in die Wüste schicken. Aber das wäre falsch. Was auch immer er euch erzählt, ihr braucht mehr Verbündete. Beginnt mit Petar, dem Handwerker. Alles weitere fügt sich. Okay, wir müssen Petar finden. Aber wo ist denn jetzt dieses... Lass uns mal gucken, ob wir dieses Tafel finden, von der er geredet hat. Hier ist nicht die Tafel. Petar. Er hat eine Tafel. Wo er Sachen braucht. Hallöchen, wer bist du denn? Okay. Ich werde weiter üben, diese Schlangen zu beschwören. Wartet nur. Eine Weile. Ich werde einige Zeit brauchen. Okay. Oh, wir haben es willkommen. Mal wieder. Wir müssen, glaube ich, diesen Handwerker finden, denn der kann uns bestimmt helfen mit irgendwelchen Waffen. Trotzdem habe ich dieses Ding noch nicht gefunden, von ihm, wovon er redet. Ist das irgendwie draußen, oder? Ja, es wird wahrscheinlich draußen vor sein, oder so. Egal, gehen wir jetzt mal raus. Gut. Gehen wir mal in jeden Raum rein. Jetzt gehe ich mal hier rein. Werkstätten. Hier wird er wohl sein. Werkstätten als Handwerker. Das macht eine Werkstatt viel Sinn. Hier ist niemand. Und? Okay, hier ist auch keiner. Uncool. Hier ist keiner da. Heta, wo bist du denn, du Affe? Ich dachte, dass er hier irgendwo ist, ne? Nun gut, hier könnten wir auch in den nächsten Raum rausgehen. Gucken wir in den nächsten Raum. Warte mal, ja, wir kommen gleich zu dir. Neue Aufträge. Ach, das sind die Aufträge hier. Okay. Die Geheimzutat. In den Wallern. Kann nicht so verkehrt sein, ne? Gut, aber wir müssen mal irgendwo rein. Da waren wir drin. Da kommen wir hin. Dann gibt es noch diesen Raum hier, ne? Planetarium. Uh, hier kann ich mit dem Fernrohr gucken. Ne. Dreht sich irgendwas. Kann ich doch nicht rein. Ja, dann können wir eigentlich nur noch raus, ne? Also alle Räume haben wir ja schon gekuckt. Okay. Okay. Was ich nicht hin? wo muss ich jetzt hin und sie fahren Ich spüre, ihr wünscht zu sprechen. Unruhigt euch noch etwas? Wie soll ich mich auf Sachmet vorbereiten? Euer Sterblicher glaubt, die Sonnenscheibe führe zu ihr. Aber er wusste nichts besseres, als die Fragmente zu sagen. Findet die Fragmente in den Tempel des großen Sandmeeres und kehrt dann zurück. Ihr braucht Hilfe, um die Scheibe zusammenzusetzen. Bereist die Reiche, wohin auch immer euer Herz soll. Oder kehrt zurück in die Zwischenwelt. Wir werden dort auf euch warten. Ach okay. Rass Außenposten ist gespielt. Lass mal hier hingehen. Ne, reichen wir da mal hin. Was richtig ist, werden wir gleich rausfinden. Mhm. Der Weg zu diesem Stein führt über den Grabräuber Abraxas. Den Martstein. Okay. Wir probieren es aus. Naja. Also bis jetzt gefällt mir das alles ganz gut. Ist auch wirklich gut gemacht. Also kann man nicht anders sagen. Auge um Auge, sage zwei. Müssen wir ihn wahrscheinlich diesmal nehmen, ne? Ich kann ihn aber nicht hochnehmen diesmal. Kann ich jetzt gleich? Ja. Ich habe gewartet, um zu sehen, ob ihr zurückkommt. Wenn ihr mir keine Unsterblichkeit gewähren könnt, sollten wir uns beeilen. Die Wüste trocknet die Lebenden ebenso leicht aus wie die Toten. Okay, dann gehen wir mal rein in dich. So. Perfektes Timing, um beim nächsten Mal hier weiterzumachen. Ähm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.